Das Hotel Marriott-Village-die-le-de-France liegt in Bailly-Roman-Villiers in Paris-Region. Das Hotel Marriott-Village-die-le-de-France ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. 10 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 10 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer Mit 5,4 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Service 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Sport- und Unterhaltungsprogramme Ein gutes Sport- und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,7 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Gastronomie Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4,1 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.